mit deinem Emote ist ein bisschen komisch, dein einzigen Emote, der freigeschaltet wurde. Das Problem ist, du kannst diesen Emote nicht benutzen, weil du einfach ein Keck bist. Stimmt, doch, ich kann ihn benutzen. Das ist eine Erinnerung. Ja, mit den Punkten. Ich habe 8,7k. Ja, Leute, ich bin live mit Lego Star Wars Berke und ich zotten das jetzt. Ah, Ramsam Sam, ah, Ramsam Sam, Guli 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 Guli. Ramsam Sam! Welche Episode spielen wir jetzt? Episode 4,5,6. Was war das denn? Das, was wir bei Lego Star Wars بن gespielt haben. Achso, ja, egal. Ich bin vergesslich mit den Zahlen. Oh, Abdul, digger. Oh, er hat immer noch das First. Ja, weil er immer noch Sub ist. Er hat ein Drei-Monats-Abonnement. Wann endet das? Abdul, wann hast du für drei Monate abonniert? Willst du? ja was für willst du du hast alles gerade gestartet so als ob ich am ende noch sagen nein ich hab auf der episode 4 spielen wir ja in die kontrolle ist eh beste episode sechs zuschauer wird ja man die gab aber bei mir steht ein zuschauer bei mir steht drei eine neue hoffnung es heißt bürgerkrieg die rebellen deren raumschiffe von einem geheim ich möchte das punkt aus angreifen finde ich auch der cam sieht mies dog aus halt dein maul nicht auch was sieht da ein dog aus ist blau ist man wie so ein schlub geworden oder was ist für den dog aus dem man dich sehen würde aber man sieht dich auf werke so gottlos äh ich wollte gerade sagen voll komisch ich dachte kurz hä er fragt warum wir smaschen äh wann smash keine ahnung bro morgen mit der menschen ich bin nicht so eine max hey ich gibt hier ist ein französer ist immer so bei immer so gewinnen war ja vergessen schließt du den armen typen ich hab die so eine hände im spiel ja man kann es ausschalten aber nein nein auf dem ist gut ich hab auch so eine hände gegen ihn oh kommt jetzt da vorher da ja wir verhetzen wie easy das gleiche als cod wir haben seinen helm weggeschossen wir können einfach reinpushen das gleiche als cod da ist ein schwarzer was nein was machst du mit mir die ehrenlose aber nicht nester war das ding sieht voll komisch aus äh 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 at a o ah m k af i b die k k k k m k k k Einfach die Geister freizuschalten war so einfach eine Herausforderung. Es gibt noch ein bisschen neue Herausforderungssachen hier, aber die Geister sahen schon einfach krass raus zu gehen, oder? Ja Geister waren ultra geil. Was ist das? Auf einmal ein Vogel! Schieß ab, schieß ab! Was will? Achso! Ah, eine Herausforderung! Da bin ich ein Fehler von Kilm. Auf einmal ich sehe Vogelkorn von oben, was ist woher? Hier ist auch ein Untergang für mich. Ich spring mal hier raus, runter. Bin ich. Bin ich bei dir? Du bist auf der anderen Seite. Ah, ich kann es ausmachen. Ach, war es einfach ganz ein Stark? Ja. Versuch so viele Münze wie möglich zu sammeln. Wir müssen eine wahre Jedi bekommen, weißt du das noch? Ach, guck mal hier ist... Man kann Darth Vader wieder beobachten, wie beim Antenspiel. Oha! Da konnten wir ihn auch beobachten. Ah, man konnte ihn aber da bei Dings beobachten, bei Todstern. Als er irgendwie warm gekehlt hat. Achso, ja. Und als er mal gebarrt hat, oder? Nee. Nee, da war und die Stormtrooper konnte man dort beobachten. Ah, ja. Den Hälzer getroffen. Achso, ja, okay. War ein logischer Weg. Ja, kurz Feuer. Ah, hier ist es. Münzen. Ist das ein Weg? Hä? Hä? Wie kann ich das nicht bauen? Ja, ja. Ich hab mal schon Panzer, Minigun. Für jeden. Oha, du hast ihn noch gekillt mit einem Schuss. Oh. Okay, geh nicht hin. Warum? Warum zweit mal noch vor einem? Ich kühl die. Ich darf die ganzen München wieder hin. Ah, ey, dieser Digger ist auch noch. Geil. Doch nicht. Oh, Alter. Ich sag grad KC. Was? Hä? Warte. Was ist X? Ah, X ist Fieck. Ja, die verdricken sich in kleinen Küsten. Ey. Ich bin wirklich draufıllente! Kann ich jetzt mal das Spiel ausdessen? Anders ich bin in dem Shitstorm. Pfü plus. Was kann... Was kann der Aufwand mal kriegen? Ja, einer가지 Leute's Misch Früher war ich schamlos immer er kann in dem Shitstorm reingehen noch zu gucken ich auch jetzt dürfen wir untersuchen drücken meiner durch gerade wirklich kann ich nicht mehr bewegen ich kann nicht duschen das ist das ja der musik drin was mit nein können wir mich rein jetzt die besten für gewesen wir haben es 1 1 reingebracht ich krieg den fans noch man braucht ein dance auf mich ich bin kopf muss kommen oder ich habe gespaltet ich bin jetzt kaputt gegangen muss aufbauen diesen dieser kiste drinnen die wäsche wird gewaschen nein ich wollte auch Geld rausholen ihre wäsche wird gewaschen alles explodiert mission ja genau du willst du ja ich bin dieser keck hier hey wir müssen eine mission machen hier dann kriegen wir einen blauen stein ich kann die Sachen hier nicht zerstören weil ich kann eh die machen ah muss er ja da rein oh da ist das ding ich glaube wir müssen mehrere droiden hier rauf machen ah und hier ist noch ein droide der hier der hier und dann muss hier noch einer rauskommen glaube ich da haben wir alle das kann sein komm spiele ich hab mir die die können die mission machen die treppe fetzt jeden guck mal was wollen die von mir was wollen die ja die nehmen öl gebaut jetzt ich krieg den stein hüha so ganz ehrlich versuchst du zu baden naja ich hab ganz ehrlich gekämpft gegen so Hygiene du badest äh droiden ja aber die kisten bringen nichts wie diese machtsachen wie viele zeitquests gibt es hier der gibt doch bestimmt einen oder ja hier gibt es so viele du bist vorbeigelaufen hier mal links von dir hinter dir rechts jetzt warum ist das zweite spieler ding weg ja rechts von dir dankentricks gegen tür ah gegen innen du hast ja noch weggekriegt der arme ja wenn ich getrankten gedankentricks mache kann ich dir jetzt steuern dank mach doch die tür auf schlag doch nicht seinen freund oder so ja mach die tür auf ok jetzt looten höhlen looten wir brauchen ja den imperial erst ich hab die alle abgeschlafen hast du die abgeschlachtet nein nein ich dachte doch den imperialen den haben wir auch naja warte mach mal flammenwerfen ich will sehen wie es aussieht oder nicht mehr hm ich hab einmal realistisch geworden ey nicht auf mich ich hab Geld dabei ich hab Geld dabei wir können speeder fahren ey hier ist eine frau und dann wir können die hier fahren kann ich hier befreien gib mir was gibst du mir jetzt was gib mir was gib mir was ich sag du musst her laufen nein das wäre richtig geil du willst keine pizza na na du musst dich mit der macht vertraut machen ich muss nach hause digga ich wollte mich einfach nicht sehen man los Vielen Dank.